Leute, ich muss euch unbedingt was zeigen und zwar, ich habe jetzt eine neue Wohnung bzw. ich habe da jetzt renoviert, aber es freut mich erstmal mega, dass ihr eingeschaltet habt und bevor wir jetzt mit dem Video anfangen, es würde mich mega freuen, wenn ihr diesem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben könntet und Freunde, ich versuche etwas Neues zu machen und zwar, ihr könnt jetzt immer in meinen Videos eingeblendet werden, wenn ihr meinen Skin, also ihr könnt einfach bei meinem Instagram einen Screenshot von einem Bild machen oder so und das könnt ihr dann bei YouTube als Profilbild nehmen, dann ist die Chance höher, dass ihr in den nächsten Videos vorkommt und ja, jetzt zeige ich euch mal kurz meine Wohnung und ja, die Küche hat sich nicht so viel verändert, aber der Teppich hier ist auch neu und ja, ich zeige euch mal jetzt mein Wohnzimmer und zwar, Tadaa, cool oder? Also ich habe hier neue Möbel bestellt und ein neues Boxspringbett und die Toilette ist gleich, aber auch der Teppich ist neu und Leute, ihr habt im letzten Video ja abgestimmt, und der hier heißt jetzt Eichhörnchen Bobo, also willkommen Bobo in der Familie, gut, aber ich will jetzt nicht bei so einem Wetter zu Hause bleiben, sondern ich gehe mal zu Sendex und sage, Vitamine, Hallo? Hm, einer zu Hause, mal gucken, ob Vitamine da ist, warte mal, ich sehe doch seine orangenen Birne da, hey Vitamine! Hey Daniel, na? Hey, du hast aber eine coole Hose an! Oh, danke schön, stimmt, ich habe hier noch die Badehose an! Ich auch! Stimmt, du hast ja auch gedacht, wie geht's dir? Ja, äh, gut und dir? Hm, ja auch gut, ich weiß genau, warum du die Badehose an hast! Wö, warum denn? Hm, wir waren ja noch gestern schwimmen oder so und das hast du doch auch aufgenommen, oder? Ja, stimmt, wir waren ja gestern im Freibad! Ja, und... Wollen wir deinen Freunden doch mal zeigen, wo das dann ist gleich? Ja, natürlich, da lang, oder? Äh, ja, ich... Da lang, ja, da lang, genau! Okay, apropos Schwimmbad, Leute, Vitamine hat ja jetzt einen neuen Kanal und das Video, das wir aufgenommen haben, das kommt auf seinen neuen Kanal und, ja, unbedingt abchecken und nicht vergessen zu abonnieren bei ihm. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig! Ja, genau, aber jetzt müssen wir erstmal eine Runde baden gehen, oder, Daniel? Nämlich, Leute, ist heute ein Probetag hier, hm, hallo Kamera, weil das Schwimmbad ist noch nicht ganz fertig, aber zum Testen haben die das jetzt offen gelassen und wir hier können das jetzt probieren, das ist cool, oder? Ja, weil wir, hm, Stadtbewohner sind, dürfen wir hier kostenlos rein, das ist einfach richtig, richtig cool, muss ich mal sagen. Hm, Leute, falls ihr das ganze Schwimmbad nochmal sehen wollt, wie gesagt, schaut jetzt einfach bei Vitamine vorbei und jetzt würde ich sagen, wer zuletzt oben ist, der ist ein Loser. Hey, Daniel, warte doch mal, wo denn oben? Hier auf der Rutsche. Oh, Mann, aber, hm, ja, okay, das hast du gewonnen, aber wir hatten ja so ein Nüßes, der Gewinner. Hey, nein, okay, Edgy Bad, Abschieb. Hey, Daniel, du hast geschummelt. Mann, ich. Natürlich hast du geschummelt, hey. Das war eine Abkürzung. Oh, Mann. Ja. Ach, Manno, Daniel. Aber du weißt doch, das ist nicht das Einzige, was hier neu in der Stadt ist, ne? Stimmt, hier kommen ja noch andere Läden dazu. Soll ich dir die mal zeigen? Hm, ja, ich hab die noch nicht gesehen, kannst du gerne mal machen. Komm mal mit. Hm, du weißt doch, ich bin Polizist und, hm, mir wurde schon gesagt, was das für Läden sind, aber das sage ich noch nicht. Okay, da bin ich mal sehr gespannt. Kann man da jetzt schon einkaufen oder hingehen? Hm, hm, das ist noch geschlossen, weil da wird noch ganz viel gebaut, also... Oh, ich sehe es da hinten. Ja. Wow. Aber ich sehe... Da ist noch eine Absperrung, aber... Oh, Mann. Da, da ist sogar Bob, der Baumeister. Stimmt, der hat da so einen Bauplan. Hallo. Hallo. Hallo, Bob, der Baumeister. Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wird da auf dieser großen Fläche gebaut? Ja, stimmt. Aber Daniel... Wir können die Läden sehen. Das sieht nach einem Essenladen aus. Ja, aber weiter kommt man hier nicht. Man kommt nur hier hin. Hey, du darfst da nicht hin. Stimmt. Oh, sonst gibt es noch Ärger. Oh, nein. Warte mal. Ich gehe mal gucken. Oh, guck mal, Daniel, komm mit. Hey, stopp. Du darfst da nicht hin. Nicht? Nein. Hä? Aber hier kommt man doch hin. Nein, du darfst nicht. Hier ist abgesperrt. Oh, stimmt. Na ja, egal. Da kommt... Da kannst du nicht... Nicht egal. Das ist eine Baustelle. Das ist doch gefährlich. Ja, aber da kann doch nichts passieren, oder? Weißt du was, Vitamino? Was stimmt? Ich gehe nach Hause. Oh, Daniel, warte noch. Oh, nein. Oh, Mann. Daniel. So, Leute. Ich glaube, ich prankie ihn ein bisschen. Weil das ist ja nicht so schlimm, wenn ihr da fünf Schritte weitergeht. Und, Leute, ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht nur Feuerwehr-Danin, sondern auch Polizei-Danin. Also, ihr könnt euch schon denken, was ich mache. So, ich ziehe mich mal kurz um. Hep. So. So, Leute. Ich bin fertig umgezogen. Ich finde das mega schick. Okay, der Anzug passt doch zu mir, oder, Freunde? Schreibt es mal in die Kommentare. So, und jetzt werde ich hier ein bisschen pranken. So, zu machen. So, mal gucken, ob der noch ist. Ich glaube aber schon. Da. Warte mal. Ich mache noch was. Hm. Ich hole noch meine Pistole. So. Die habe ich auch. Nämlich, ich habe jetzt eine neue Pistole sogar bekommen. Eine Diamantenpistole. So, Kugel nicht vergessen. Und zack. Und Tür zu. Und Tür zu. So. Hm. Mal gucken, ob er drauf reinfällt. So. Hey, Vitamine. Äh, hallo? Hey, was machst du da? Äh, äh, oh. Hallo, Herr Polizist. Ja, schon richtig. Ich bin Polizist. Und, wie ich sehe, du machst halt eine Straftat. Äh, nein. Was habe ich denn getan? Hände hoch. Äh, ja. Ja, ja. Komm hier raus. Äh, ja. Wie denn? Ganz schnell raus hier. Okay, okay. Ich tue alles, was sie sagen. Ja. Sie kriegen mich nie. Hey. Gehen bleiben, Vitamine. Vertroren. Hilfe. Vitamine? Das reicht jetzt. Nein, Daniel. Hör bitte auf. Nicht schießen. Das reicht. Nicht schießen. Bleib jetzt einfach stehen. Ja, okay. Ich verhafte dich. Oh, Mann. Was habe ich denn getan? Tut mir leid, aber ich bin Polizist und ich muss das machen, Vitamine. Mann. Ich weiß doch gar nicht, was ich getan habe. Hey, hör auf zu Flendu, Baby. Du hast... Ich habe dir gesagt, du darfst da nicht rüber, weil das verboten ist und du bist einfach rübergegangen. Du hast gegen die Regeln verstoßen. Es tut mir leid. Es kommt nie wieder vor. Nein, tut mir auch leid, aber du musst jetzt ein Jahr ins Gefängnis. Was? Ein Jahr? Ja. Nein, Daniel. Ich kann doch nicht ins Gefängnis. Doch. Nein. Komm jetzt mit. So, du kommst jetzt ins Gefängnis. Komm mal mit zu mir nach Hause. So, du gehst natürlich vor mich. Los. Ja, ich tu doch gar nichts mehr. Doch. Pech gehabt. Wo muss ich lang? Hier, ich mach die Tür auf. Okay. So. Doch, ich schärfe. Das reicht jetzt, Vitamine. Ich will nicht ins Gefängnis, Daniel. Komm jetzt mit. Oh Mann, ich will aber nicht ins Gefängnis. Keine Späßchen mehr. Jetzt kommen wir rein. Ja, und dann? So, kommen wir rein. Feuerwehr und Polizei? Reicht jetzt Vitamine. Ach, Daniel. Du wolltest mich nur zum Essen holen. Und das ist jetzt. Aua. Los jetzt. Kein Spaß hier. Wohin denn, Daniel? So. Und jetzt musst du hier hin. Okay. Und dann? So. Nee, nicht hinsetzen. Nicht? Okay. Tut mir leid. Okay. Ich muss ja raus. Nein, geht nicht. Du bist gefangen hier. Wir müssen Fenster aufmachen. Mir ist richtig übel. Daniel. Das ist deine Strafe. Ich muss gar nicht ins Gefängnis, aber das ist deine Strafe. Ich muss ja raus. Daniel, bitte lass mich hier raus. Okay, das war genug. Ja, das klingt echt echt. Also Vitamine. Daniel, du bist doch verrückt. Was hast du denn gegessen? Ich bin der King of Prank, weißt du? Ja, aber was hast du gegessen? Siehst du doch? Karotten. Ich meine, das war ein richtig guter Prank. Aber das mit dem Gefängnis hätte doch gar nicht sein müssen. Etch, betch. Und damit, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst unbedingt ein Like da. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, müsst ihr unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren. Und schaut unbedingt auch bei Vitamine neuen Kanals vorbei. Abonnieren. Tschüss, Polizist. Tschüss. Naja, dann abonniert halt nicht seinen Kanal. Nein, Spaß. Und ja, damit würde ich sagen, schaut bei Instagram vorbei. Vergesst nicht, mein Skin als Profilbild zu nehmen. Und tschüss. Tschüss. Wenn du denkst, dass du alles besitzt, liegst du falsch. Du hast alles und nichts. Nix. Die Crew, die du hast, wird für immer bei dir sein. Rantlein macht dich bereit. Und jeden Tag aufs Neue ziehen wir weiter. Jeden Tag aufs Neue kommen die Pirates.